Eine Zelle ist die kleinste lebende Einheit aller Organismen. Man unterscheidet Einzeller und Mehrseller. Besteht das Lebewesen aus vielen Zellen können Zellen zu funktionellen Einheiten verbunden sein und dadurch Gewebe bilden. Der menschliche Körper besteht aus mehreren hundert verschiedenen Zell- und Gewebetypen. Involutions biologisch betrachtet und im Vergleich zu Einzellern haben die Zellen von Vielzellern größtenteils ihre Fähigkeit für sich allein leben zu, können verloren und haben sich auf eine Arbeitsteilung in Geweben spezialisiert. Die Wissenschaft und Lehre von den Zellen der Lebewesen ist die Zellbiologie. Grundlagen Jede Zelle stellt ein strukturell abgrenzbares eigenständiges und selbsterhaltendes System dar. Sie ist in der Lage Nährstoffe aufzunehmen und die darin gebundene Energie durch Stoffwechsel für sich nutzbar zu machen. Neue Zellen entstehen durch Zellteilung. Die Zelle enthält die Informationen für all diese Funktionen bzw. Aktivitäten. Zellen haben grundlegende Fähigkeiten, die als Merkmale des Lebens bezeichnet werden, wobei nicht jede Zelle alle diese Eigenschaften haben muss. Vermehrung durch Zellteilung Stoff- und Energiewechsel Reaktion auf Reize Möglichkeit der Bewegung Merkmal der Strukturiertheit Wachstum und Entwicklung Nekrose Im Laufe der Evolution haben sich zwei verschiedene Gruppen von Lebewesen gebildet, die sich durch die Struktur ihrer Zellen stark unterscheiden. Zum einen die Prokaryoten, die aus einfach gebauten Zellen ohne Zellkern bestehen und zum anderen die Eukaryoten, die aus Zellen bestehen, die wesentlich komplizierter strukturiert sind und einen Zellkern besitzen. Prokaryoten und Eukaryoten können sowohl als Einzeller als auch als Merzeller auftreten. Bei den Merzellern bilden Zellen sogenannte Zweckverbände. Meistens teilen sie sich Funktionen und sind oft einzeln nicht mehr lebensfähig. Durch die Spezialisierung in Vielzellern sind die oben beschriebenen Fähigkeiten eingeschränkt. Die Größe von Zellen variiert stark. Normalerweise haben sie einen Durchmesser zwischen 1 und 30 Mikrometer. Eizellen höherer Tiere sind jedoch oft wesentlich größer als die übrigen Zellen. Beispielsweise hat die Eizelle eines Straußes einen Durchmesser von über 70 Millimeter. Die des Menschen hat einen Durchmesser von 0,15 Millimeter und ist seine größte Zelle und die einzige, die mit bloßem Auge erkennbar ist. Hauptartikel Protozyta und Prokaryoten Prokaryotische Zellen besitzen keinen echten Zellkern wie die eukaryotischen Zellen und weisen eine einfachere innere Organisation im Vergleich zu den eukaryotischen Zellen auf. Man bezeichnet sie auch als Prozyten oder Protozyten. Lebewesen mit prokaryotischen Zellen nennt man Prokaryoten. Zu ihnen gehören die Bakterien und die Eichäen. Sie treten meist als einzellige Organismen auf. Prokaryotische Zellen kann man im Allgemeinen durch folgende Merkmale von den eukaryotischen Zellen unterscheiden. Sie besitzen eine einfachere Struktur als eukaryotische Zellen. Sie bilden seltener Kompartimente. Die DNA liegt frei im Zytoplasma vor und ist nicht durch Histon stabilisiert, ist also nicht in einem echten Chromosom organisiert. Sie ist auf engem Raum angeordnet und wird als Nukleoid bezeichnet. Das Genom besteht meist nur aus einem einzelnen DNA-Molekül, welches als Bakterienchromosom bezeichnet wird. Oft ist dieses DNA-Molekül in sich geschlossen. Die Zellhöhen sind häufig komplex aufgebaut, teilweise sogar mit zwei Membranen. Die Ribosomen sind immer kleiner als in eukaryotischen Zellen. Prokaryoten zeichnen sich durch ein weites Spektrum physiologischer und ökologischer Typen aus. Einige sind auch unter extremen Bedingungen lebensfähig, oxisches oder anoxisches Milieu, saures Milieu, hohe hydrostatische Drücke. Viele leben parasitär, symbiotisch oder saprophor. Einige sind pathogen. Häufig enthalten sie Plasmide. Weiterhin besitzen Prokaryoten nur beschränkt die Fähigkeit, sich zu differenzieren, zum Beispiel bei der Sporenbildung. Hauptartikel Eukyte und Eukaryoten Eukaryotische Zellen werden auch als Eukyten bezeichnet. Der wesentliche Unterschied zu prokaryotischen Zellen ist die Existenz eines Zellkerns mit einer Kernhülle um die in Chromosomen organisierte DNA. Die Kernhülle besteht aus zwei Membranlagen mit Zwischenraum einer sogenannten Doppelmembran und ist typischerweise etwa 15 Nanometer dick. Eukaryotische Zellen sind wesentlich differenzierter als prokaryotische. Ihre Vielzahl resultiert aus den sehr verschiedenen Funktionen, die sie zu erfüllen haben. Die mittlere Zellmasse von Eukyten beträgt etwa 2,5 Nanogramm. Ihre Länge reicht von einigen Mikrometern bis hin zu mehreren Zentimetern bei Myozyten. Eine Sonderstellung unter den Eukyten nehmen die Nervenzellen ein. Diese reichen vom Rückenmark bis hinein in die peripheren Extremitäten. Zellen von Tieren, Pflanzen und Pilzen gehören zu den eukaryotischen Zellen, aber es gibt einige Unterschiede in ihrer Struktur. Im Folgenden werden charakteristische Unterschiede tabellarisch aufgelistet. Besonderheiten pflanzlicher Zellen Die Zellwand ist so beschaffen, dass sie der Zelle und damit dem gesamten Pflanzenkörper eine mehr oder weniger feste Form gibt. Sie ist durchlässig für Wasser, gelöste Nährstoffe und Gase. Sie besteht hauptsächlich aus Zellulose. Bei Zellen mit dicken Zellwänden, durch die dennoch Stoffe transportiert werden, gibt es in den Zellwendentüpfel. Das sind Öffnungen in der Zellwand, durch die benachbarte Zellen nur durch eine dünne Membran getrennt untereinander in Kontakt stehen und durch die der Austausch von Stoffen erleichtert wird. Die Chloroplasten enthalten ein komplexes System zur Nutzung der Lichtenergie für die Photosynthese, das unter anderem Chlorophyll enthält. Dabei wird die Energie von Licht eingefangen in chemische Energie in Form von Traubenzucker umgewandelt und in Form von Stärke gespeichert. Die Vakuolen sind Räume im Zytoplasma, die mit Zellsaft gefüllt sind. In diesem können Farbstoffe, Giftstoffe, Duftstoffe und anderes enthalten sein. Der Tonoplast ist die selektiv permeable Membran, welche die Vakuole gegen das Plasma abgrenzt. Struktur der Zelle Jede Zelle, ob prokaryotisch oder eukaryotisch, besitzt eine Zellmembran, die die Zelle von der Umgebung abgrenzt. Durch die Zellmembran wird kontrolliert, was in die Zelle aufgenommen und was hinaus transportiert wird. Auf jeder Seite befinden sich Ionen unterschiedlicher Konzentrationen, die durch die Zellmembran getrennt gehalten werden. Dadurch wird ein Konzentrationsunterschied aufrecht erhalten, welcher ein chemisches Potenzial nach sich zieht. Das durch die Zellmembran umschlossene Medium ist das Zytoplasma. Alle teilungsfähigen Zellen besitzen DNA, in der die Erbinformationen gespeichert sind, sowie Proteine, die als Enzyme Reaktionen in der Zelle katalysieren oder Strukturen in der Zelle bilden und RNA, die vor allem zum Aufbau der Proteine notwendig ist. Im folgenden sind die wichtigen Zellkomponenten aufgelistet und kurz beschrieben. Hauptartikel Jede Zelle ist von einer Zellmembran oder auch Plasmamembran umschlossen. Diese Membran trennt die Zelle von der Umgebung ab und schützt sie auch. Sie besteht hauptsächlich aus einer Doppellipidschicht und verschiedenen Proteinen, die unter anderem den Austausch von Ionen oder Molekülen zwischen der Zelle und ihrer Umgebung möglich machen. Ihre Dicke beträgt etwa 4 bis 5 Nanometer. Hauptartikel Das Zellskelet ist eine wichtige, komplexe und trotz des eventuell irreführenden Namens eine höchst dynamische Struktur in der Zelle. Es besteht aus Protein, die insgesamt drei große Systeme bildenden Mikrofilamente, die Mikrotubuli und die Intermediärfilamente. In seiner Gesamtheit ist es verantwortlich für die Elastizität und die mechanische Stabilität der Zelle und ihrer äußeren Form, für aktive Bewegungen der Zelle als Ganzes sowie für Bewegungen und Transporte innerhalb der Zelle. Es spielt zudem wichtige Rollen in der Zellteilung und der Rezeption von äußeren Reizen und deren Weitervermittlung in die Zelle hinein. Die Existenz der drei Zytoskelette-Elemente als Grundausstattung jeder Zelle wurde in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts unter Einsatz der Elektronenmikroskopie und neuartigen Fixier- und Detektionsverfahren erkannt und geht auf bahnbrechende Arbeiten von Sabatini und Ishikawa zurück. Hauptartikel In der Zelle existieren zwei Arten von genetischem Material, die desoxyribonukleinsäuren und die ribonukleinsäuren. Für die Speicherung der Informationen über lange Zeit wird von den Organismen DNA genutzt. Die RNA wird häufig zum Transport der Information und für enzymenliche Reaktionen verwendet. Bei Prokaryoten liegt die DNA in einfacher, in sich geschlossener Form vor. Diese Struktur nennt man Bakterienchromosom, obwohl sie sich von Chromosomen der eukaryotischen Zellen beträchtlich unterscheidet. In eukaryotischen Zellen ist die DNA an verschiedenen Orten verteilt, im Zellkern und in den Mitochondrien und Plastiden-Zellorganellen mit doppelter Membran. In den Mitochondrien und den Plastiden liegt die DNA wie in Prokaryoten circulair vor. Die DNA im Zellkern ist linear in sogenannten Chromosomen organisiert. Die Anzahl der Chromosomen variiert von Art zu Art. Die menschliche Zelle besitzt 46 Chromosomen. Hauptartikel Die Ribosomen sind aus RNA und Proteinen bestehende Komplexe in Pro- und Eukaryoten. Sie sind für die Synthese von Proteinen aus Aminosäuren verantwortlich. Die mRNA dient als Information für Art und Reihenfolge der Aminosäuren in den Proteinen. Die Proteinbiosynthese ist sehr wichtig für alle Zellen, weshalb die Ribosomen in vielfacher Zahl in den Zellen vorliegen. Zum Teil hunderte bis tausende von Ribosomen pro Zelle. Die Durchmesser beträgt 18 bis 20 Nanometer. Hauptartikel Zentriolen sind zylinderförmige Strukturen im Ausmaß von etwa 170 mal 500 Nanometern. Sie sind an der Bildung des MTOC beteiligt, das während der Mitose den Spindelapparat zur Trennung der Chromosomen bildet, aber auch während der Interface zur Organisation und physikalischen Stabilisierung der Zelle beiträgt. Zentriolen kommen in den meisten tierischen Zellen und den Zellen niederer Pflanzen vor, nicht jedoch bei den höheren Pflanzen. Hauptartikel Bei mehrzelligen Organismen sind die Zellen meistens zu Geweben zusammengefasst, die auf bestimmte Funktionen spezialisiert sind. Oft bilden solche Gewebe einen Komplex, den man Organ nennt. Beim Menschen ist zum Beispiel die Lungen für den Gasaustausch von Kohlendioxid und Sauerstoff verantwortlich. Ähnliche funktionsbezogene Strukturen gibt es in kleinstem Maßstab auch innerhalb der Zelle. Solche Organellen sind in jeder eukaryotischen Zelle zu finden. Der Aufbau von pflanzlichen und tierischen Zellen unterscheidet sich teilweise durch Anzahl und Funktion mancher Organellen. Im Folgenden werden wichtige Organellen aufgeführt. Hauptartikel Der Zellkern bildet die Steuerzentrale der eukaryotischen Zelle. Er enthält die chromosomale DNA und somit die Mehrzahl der Gene. Bei Säugerzellen hat er einen Durchmesser um 6 Mikrometer. Durch die Kernhülle eine doppelte Membran mit Zwischenraum, Gesamtdicke etwa 35 Nanometer, wird der Kern vom Zytoplasma abgegrenzt. Sie wird von Kernporen durchbrochen, wodurch ein Austausch von Molekülen zwischen der Substanz des Kerninneren, dem sogenannten Karyoplasma, und dem Zytoplasma möglich ist. Die äußere Membran der Kernhülle steht mit dem endoplasmatischen Reticulum in Verbindung. Im Zellkern findet die Synthese der RNA statt. Jene RNA-Arten, die für die Proteinsynthese benötigt werden, werden aus dem Zellkern durch die Kernporen ins Zytoplasma transportiert. Lichtmikroskopisch ist im Kern eine globuläre Struktur mit einem Durchmesser von etwa 2 bis 5 Mikrometer zu erkennen, die man Kernkörperchen oder Nukleolus nennt. Die DNA in diesem Bereich des Kerns enthält die Baupläne für die ribosomale RNA, also für die katalytische RNA der Ribosomen. Hauptartikel Die Mitochondrien gehören zu den selbstvermehrenden Organellen und sind nur in Eukaryotenzellen enthalten und zwar in unterschiedlicher Anzahl. Sie enthalten ein eigenes Genom, das viele aber nicht alle der für die Mitochondrien wichtigen Gene enthält. Die anderen Gene befinden sich in den Chromosomen im Zellkern. Deshalb sind die Mitochondrien semi-autonom. Mitochondrien werden als Energiekraftwerke der Zelle bezeichnet. In ihnen findet die Oxidation organischer Stoffe mit molekularem Sauerstoff statt, wobei Energie freigesetzt und in Form von chemischer Energie gespeichert wird. Sie haben einen Durchmesser von etwa 0,5 bis 1,5 Mikrometer und sind etwa 0,8 bis 4 Mikrometer lang. Hauptartikel Plastiden existieren nur in Eukaryoten, die Photosynthese betreiben, also Pflanzen und Algen. Wie die Mitochondrien besitzen die Plastiden ihr eigenes Genom und sind wie die Mitochondrien selbstvermehrend also auch semi-autonom. Es gibt verschiedene Plastiden, die alle von dem sogenannten Poplastiden abstammen. Sie sind in der Lage, sich in eine andere Plastidenform umzuwandeln. Der Chloroplast ist der am häufigsten erwähnte. Er dient der Nutzung von Licht zum Aufbau organischer Stoffe und enthält alle für die Photosynthese erforderlichen Zellbestandteile. Vor allem Membransysteme mit Chlorophyll-Hilfsfarbstoffen, Elektronen- und Wasserstoffüberträgern und ATP-Synthes sowie Enzyme des Calvin-Zyklus für die CO2-Assimilation. Ein anderer Plastid ist zum Beispiel der Amyloplast, der in der Lage ist, Stärke ein Photosynthese in Produkt zu speichern. Hauptartikel Diese beiden Systeme bestehen aus von Membranen begrenzten Hohlräumen und sind in den meisten Neukaryoten zu finden. Sie sind funktionell eng miteinander verknüpft. Das endoplasmatische Reticulum ist das schnelle Transportsystem für chemische Stoffe. Weiterhin wird in der Mitose die neue Kernmembran vom R abgeschnürt. Außerdem ist es für die Translation-Proteinfaltung posttranslationale Modifikationen von Proteinen und Proteintransport von Bedeutung. Diese Proteine werden anschließend vom Golgi-Apparat verteilt. Im Golgi-Apparat werden die Proteine modifiziert, sortiert und an den Bestimmungen sorttransportiert. Defekte Proteine werden dabei aussortiert und abgebaut. Hauptartikel Lysosomen sind winzige von einer Membran umschlossene Zellorganellen in Neukaryoten. Sie enthalten hydrolytische Enzyme und Phosphatasen. Ihre Hauptfunktion besteht darin, mittels der in ihnen enthaltenen Enzyme aufgenommene Fremdstoffe zu verdauen. Bei Pflanzen nehmen Zellsaft-Vakuolen die Aufgaben der Lysosomen wahr. Peroxysomen, auch Mikrobeudes genannt, sind evolutionär sehr alte Zellorganellen in eukaryotischen Zellen. Sie fungieren als Entgiftungsapparate. In den Peroxysomen befinden sich ca. 60 Monooxygenasen und Oxytasen genannte Enzyme, die den oxidativen Abbau von Fettsäuren, Alkohol und anderen schädlichen Verbindungen katalysieren. Hauptartikel Vakuolen sind große, von einer Membran umschlossenen Reaktionsräume vorwiegend in Pflanzen, die bis zu 90% des Zellvolumens einnehmen können, aber z.B. auch im Pantoffeltierchen vorkommen können. Sie erfüllen die vielfältigsten Aufgaben, unter anderem Aufrechterhaltung des Zelldrucks, Lager für toxische Stoffe, Farbgebung der Zelle, Verdauung von Makromolekülen und im Falle der kontraktilen Vakuole der Wasserausscheidung, die Entdeckungsgeschichte der Zelle. Siehe, Zellen als Arzneimittel Zellen und Gewebe können auch als Arzneimittel für neuartige Therapien zur Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Siehe auch, Endosymbionentheorie, Perfusionskultur, Protoplastenisolation